Servus miteinander. Servus. Wir sind heute wieder am wunderschönen Spitzingsee. Genau wie im letzten Jahr schon. Jede Aktion, die wir digital tätigen, ist nur durch den energieintensiven Betrieb von Rechenzentren möglich. Das Projekt Racks for Roots möchte mit Pflanzaktionen der Umwelt etwas zurückgeben. Im September ist auch die Grundschule Schliersee mit dabei. Wir sind ein Rechenzentrumsbetreiber aus München und wir haben unser Responsenum mit dabei, unser gemeinnütziger GmbH. Und dank der Gemeinde Schliersee und unserem Bürgermeister hier sind wir im September. Am 14. September sind wir wieder da. Mit kleinen Kindern, mit den Zwackerl aus der dritten Klasse. Und da freuen wir uns schon. Also bis dann, bleibt dabei. Servus.